Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, worauf Sie an allererster Linie abstellen. Zunächst gehe ich davon aus, dass Ihr Antrag darauf abzielt, für kleinere Energieprojekte weiterhin ein Agieren ohne Ausschreibung durchzumachen. Die Ausschreibung als Ganze in Frage zu stellen per se scheint mir weniger sinnvoll. Und zwischendurch war Ihre Rede stark davon durchzogen zu sagen, das räumen wir jetzt in Gänze ab. Wir waren uns hier mehrfach einig, dass wir Kostensenkung brauchen und Ausschreibungen müssen nicht, aber können ein Weg dazu sein. Ich glaube, da muss man auch die Chance lassen, mehr als anderthalb Versuche zu beginnen. Und Sie haben ja selber darauf hingewiesen, der zweite Ausschreibungszyklus hat zumindest geringere Vergütungssätze erbracht. Jetzt geht es in der Tat darum, ja, jetzt geht es in der Tat darum zu schauen, wie viel werden realisiert. Aber ich finde, diesen Vorlauf, diese praktische Realisierbarkeit sollte man schon mal abwarten, bevor wir jetzt in Gänze das Kind mit dem Bade ausschütten. Lassen Sie uns aber gern darauf zurückzukommen, uns auf die kleinen Akteure konzentrieren. So ist Ihr Antrag hier ursprünglich aufgebaut. Die Rede hat jetzt die Nuance etwas größer gemacht. An der Stelle, um es deutlich zu formulieren, im Ziel, die kleinen zu erhalten, sind wir uns einig. Das teilen wir. Es ist das erklärte Ziel unserer Energiepolitik, dass möglichst viele Menschen von der Energiewende profitieren. Und zwar nicht nur als Kunden von regenerativen Strom, sondern auch als deren Produzenten. Die Frage ist nur, wie wir die möglichst große Akteos-Vielfalt beibehalten können. Denn mit der EEG-Novelle 2014, das haben Sie angesprochen, wurde der Umstieg auf Ausschreibung ab 2017 beschlossen. Zur Erprobung unterschiedlicher Ansätze für die Programmierung des Ausschreibungsdesigns wurde Anfang 2015 das von Ihnen angesprochene Testverfahren und die Freiflächen-Ausschreibungsverordnung als dessen Grundanlage beschlossen. Mit der von Ihnen geschilderten Pilotausschreibung im Bereich der Photovoltaik- oder Solarfreiflächenanlagen sollten solche ersten Erfahrungen gesammelt werden, wie mit dem neuen Fördersystem die Ausschreibung im Bereich der erneuerbaren Energien strukturiert und dann designt werden können. Die erste und zweite Ausschreibungsrunde, auch darauf haben Sie hingewiesen, sie haben bereits stattgefunden, sind aber noch nicht in Gänze umgesetzt, sodass man, glaube ich, Schlussfolgerungen jetzt mit Vorsicht genießen muss. Eine wirklich fundierte Aussage zur Akteursvielfalt kann aufgrund der beiden bisherigen Auktionsrunden nach meiner Einschätzung noch nicht getroffen werden. Es darf aber, da bin ich ja dicht bei Ihnen, bezweifelt werden, dass das hohe Ziel der Vielfalt in den ersten beiden Runden tatsächlich erreicht worden ist. Denn, auch das ist unstreitig, zunächst waren zahlreiche Großprojekte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die eben schon vorgeplant waren und dass die sich deshalb relativ schnell beteiligten konnten und zu sehr günstigen Konditionen aufgrund der Vorplanungen anbieten konnten, sodass am Ergebnis mehr als 40 Prozent der versteigerten Megawatt-Zahlen an ein einziges Unternehmen gegangen sind. Dennoch, auch das gehört zur Vollständigkeit dazu, haben sich in diesen, ich sag mal, Testausschreibungen Genossenschaften an Ausschreibungen beteiligt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass verglichen mit der Anzahl der eingetragenen Genossenschaften, die wir haben im Bereich erneuerbare Energien, nur ein sehr geringer Anteil der Bürgerenergie in den Testausschreibungen beteiligt hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Windenergie ist die bedeutendste Form der erneuerbaren Stromerzeugung in unserem Land und auf die soll ja künftig ausgeweitet werden. Das ist auch ein echter norddeutscher Vorteil, denn das gehört sicherlich zur Vollständigkeit dazu, wir haben für Windenergie schlicht bessere Bedingungen als viele andere Teile Deutschlands hier bei uns im Norden. Gerade wegen dieser norddeutschen Vorzüge für die Windenergie bietet sich uns eine herausragende wirtschaftliche Chance damit. Allerdings wissen wir gemeinsam nur zu gut, dass die Menschen in unserem Land diese Frage, ob man Windenergie an Land will oder nicht, sehr unterschiedlich und differenziert beantworten. Deshalb haben wir ein hohes Interesse, dass allen, die sich bei uns im Land in der Windkraft engagieren wollen, das Leben nicht noch zusätzlich schwerer gemacht wird, als es unbedingt sein muss. Denn je mehr Menschen bei uns im Land an Windenergieprojekten selbst teilhaben und davon profitieren können, desto stärker wird sich im Ergebnis dies positiv auf die Akzeptanz der Windkraft an Land auswirken. Wir wollen deshalb möglichst vielen Menschen die Chance auf ein Mitmachen offenhalten. Dafür darf vor allem der Vielfalt von Akteuren, da sind wir uns einig, kein Riegel vorgeschoben werden. Die Landesregierung und insbesondere das Energieministerium engagiert sich dafür auf unterschiedlichsten Ebenen. Herr Minister, lassen Sie eine Anfrage der Abgeordneten Borchardt von der Fraktion Die Linke zu? Gewiss. Bitte schön. In der Neuregelung ein Problem in der Akteursvielfalt, ja oder nein? Ich glaube, dass Sie genau diese Einfachheit nicht geben können, weil Sie für die meisten erneuerbaren Energienbereiche eben noch gar kein Ausschreibungsdesign haben. Und deshalb zu sagen, dass noch nicht vorhandene Ausschreibungsdesign sei per se schädlich, finde ich verfrüht. Die Frage ist, und so verstehe ich Ihren Antrag, ich hoffe, wir stehen Ihnen da ähnlich, zumindest Frau Dr. Schwenke habe ich so verstanden, zielt gerade darauf ab, für die jetzt erst entstehenden Regelungen, wie sieht denn das Ausschreibungsdesign aus, proaktiv darauf hinzuwirken, dass wir Inhalte haben werden, die genau die Akteursvielfalt weiterhin breit halten. Von daher finde ich die Frage verfrüht, weil man erst die Regelung haben sollte und sie dann beurteilt und nicht erst beurteilt und dann mal schaut, wie die Regelung aussieht. Bitte schön, Herr Minister, Sie können Ihre Rede fortsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich, und das ist an Frau Borchardt dann auch besonders gerichtet, haben wir uns im Rahmen der Anhörung der Länder durch das Bundeswirtschaftsministerium zu einem Eckpunktepapier, das Ausschreibungsideen betraf, gerade auch zu dieser Frage Akteursvielfalt und wie können wir die Kleinen besonders aufrechterhalten und päppeln, geäußert. In unserer Stellungnahme haben wir uns, im Übrigen wie viele andere Bundesländer auch, besonders auf das Modell zum Erhalt der Akteursvielfalt bei Windausschreibungen bezogen, das der Genossenschaftsverband im August 2015 herausgebracht hat und haben dafür nachhaltig im Rahmen der Anhörungsmöglichkeiten geworben. In diesem Konzeptpapier, wenn wir vielleicht über Lösungen nachdenken, bevor wir sie bereits in Rechtsform haben und beurteilen, in diesem Konzeptpapier ist ein Vorschlag in die Diskussion eingebracht worden, mit dem Bürgerwindprojekten das Risiko eines direkten und unmittelbaren Ausschreibungsverfahrens ein Stück genommen werden soll und sie davon freigehalten werden sollen. Zugleich sollen die mit der Ausschreibung angestrebten Preissignale, um die es ja im positiven Sinne auch gehen soll, auch für diese Projekte mittelbare Anwendung finden und damit Wirkungszeitigen. Die Förderhöhe, wir sind mittenmang, wir sind mittenmang als Landesregierung mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Die Förderhöhe für ein solches Projekt soll sich nämlich an den wettbewerblich ermittelten Preisen vorangerangener Auktionsrunden orientieren. Und Frau Beuchert, bevor Sie mir Rumeierei vorwerfen, hören Sie doch erstmal zu, wie das Genossenschaftsmodell ist. Ich höre ja gerne zu, wenn Sie sagen, Sie kennen es schon. Als Beispiel für die Frage, wie dann dieses Genossenschaftsmodell überlegt, welchen Preis man dann bei den nicht an der Ausschreibung teilnehmenden kleinen Akteursvielfalt bewahrenden Modellen sicherstellt, schlägt der Genossenschaftsverband vor, dass man die gewichteten Höchstpreise der letzten vier bis sechs Runden als anzulegenden Wert für die Projekte zum Zeitpunkt der Anmeldung bei der ausschreibenden Stelle, das wird voraussichtlich die Bundesnetzagentur sein, ansetzen möge. Damit wäre das größte Risiko für Klein- und Bürgerprojekte gebannt. Das besteht nämlich, wenn man ehrlich ist, primär darin, dass ein Bürgerprojekt für die Entwicklung, für die Planung, für die Vorbereitung eines konkreten Windparkprojektes bei sich vor der Tür einer eigenen Gemeinde bei der Ausschreibung an sich auch das Risiko hätte, dass es gar nicht zum Zuge kommt. Und während professionelle Anbieter meist mehrere Eisen im Feuer haben und deshalb mit einigen Treffern und einigen Nieten ganz gut leben könnten, weil sie mit den erfolgreichen Projekten die Vorlaufkosten der nicht geglückten Projekte finanzieren können, ist dies bei Bürgerprojekten eben oft anders, die haben nur ein einziges. Und wenn es nur ein Projekt gibt, dann geht es bei denen bei einer Ausschreibung am Ende um Ex oder Hopp. Das wird viele Bürger- und Genossenschaftsprojekte abschrecken, weil dann schwer kalkulierbare Verluste in der Vorlaufphase drohen. Dem will die eben genannte Idee des Genossenschaftsprojektes entgegenwirken. Danach würde diesen kleinen Projekten das Risiko nicht aufgebürdet, gar nicht erst zum Zug zu kommen, weil sie eben nicht in die Ausschreibung müssen. Kleinen Projekten würden zum Zuge kommen, ohne das Risiko fürchten zu müssen, bei der Ausschreibung rauszufliegen. Sie würden aber nur den Preis erhalten können, der sich quasi als Durchschnitt aus den letzten vier bis sechs vorangegangenen Ausschreibungen als der Marktpreis in diesem Zeitpunkt herauskristallisiert hat. Die Projekte hatten auf diese Weise die Gewissheit, einen Zuschlag zu bekommen. Sie würden bauen können und können über einen längeren Zeitraum übrigens auch die Höhe der Förderung abschätzen. Dennoch müssten die Bürgerenergieprojekte alle Präqualifikationsbedingungen für die Ausschreibung nachweisen. Und sie würden auch ansonsten behandelt werden wie alle anderen, insbesondere bei den Preissignalen, die man in Ausschreibung ziehen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie stellen Ihrem Antrag zudem ganz ausdrücklich die De-Minimis-Regelung als Möglichkeit zur Wahrung der Akteursvielfalt heraus. Auch da haben wir zumindest im ersten Zugriff abstrakt keinen Dissens. Und wenn Sie unser Verhalten im Bundesrat betrachten, Sie haben ja auf die Beschlussfassung hingewiesen, wird dies, glaube ich, in der Beschlussfassung und unserer Teilnahme auch deutlich. Wir haben im Bundesrat dem Antrag aus Nordrhein-Westfalen in diesem Punkt ganz ausdrücklich zugestimmt. Nicht zuletzt auch, will ich deutlich sagen, als deutliches gemeinsames Signal der Länder, so erklärt sich im Übrigen auch der kraftvolle gemeinsame Akt, an dem Bund, dass hier nicht eine gute Möglichkeit für einen Erhalt der Akteursvielfalt mit dem Bade ausgeschüttet werden sollte. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bund meldet zur Nutzung der De-Minimis-Regelung auch Bedenken an, die man dann nach meiner Überzeugung auch nicht ganz so leichtfertig vom Tisch wischen sollte. So besteht natürlich die Gefahr, dass nicht nur diejenigen Projekte, die wir erreichen wollen, die De-Minimis-Regelung nutzen werden, nämlich die kleinen, die mit einigen wenigen Windrädern dabei sein sollen. Es spricht manches dafür, dass auch die größeren Projektierer und Projekte sich um Gestaltung bemühen werden, um von dieser Ausnahmevorschrift zu profitieren. Es besteht damit auch die Befürchtung, dass der Ausbau der Windprojekte an Land künftig deutlich kleinteiliger, zersplitteter und vor allen Dingen ungebündelter erfolgen könnte. Ein volkswirtschaftlich nicht unbedingt wünschenswerter Effekt. Die Wettbewerbssituation in Ausschreibungen könnte zudem verschlechtert werden, was zu höheren Förderkosten von Großprojekten führen kann. Damit wäre dann im Ergebnis im Übrigen die Akzeptanz und Unterstützung für dieses Instrument ganz schnell nicht mehr gegeben. Insofern plädieren wir dafür, in den kommenden Wochen die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern abzuwarten, alle, wie ich finde, guten Argumente für die Positionen, die wir teilen, dort einzubringen, aber eben auch sorgfältig auf die Konsequenzen gemeinsam mit dem Bund auf der Grundlage seiner Gegenargumente abzuklopfen. Und man wird dann gemeinsam Bund und Länder versuchen müssen, einen bestmöglichen Kompromiss zu finden. Deshalb teilen wir in Teilen Ihre Sorge. Die Annahme aber, es gäbe dafür nur eine einzige Lösung, scheint die Diskussion zu früh zuzuschlagen. Man wird, glaube ich, auch noch mal zuhören müssen, welche anderen Lösungen und welche Bedenken unserer Lösung im Detail entgegenstehen. Ich bin überzeugt, dass wir uns auch im eigenen Entscheiden die Offenheit für das Abprüfen verschiedener Lösungsansätze auf die jeweiligen Vor- und Nachteile in den kommenden Wochen nicht zu früh verstellen sollten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht nur über Windenergie an Land nachdenken sollten, sondern weil die Ausschreibung alle trifft, auch über Offshore-Windkraft, über Photovoltaik-Freiflächen, über Biogasanlagen, was wir im Übrigen in unseren Stellungnahmen getan haben. Denn die Ausschreibungsregelungen treffen dann demnächst alle Bereiche. Und auch in den anderen Bereichen gibt es bürgernähere Projekte, die ebenfalls unseren besonderen Schutz brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregierung ist bei diesen Fragen bereits auf dem Weg. Ich danke für den Willen, uns den Rücken zu stärken. Wir beteiligen uns selbstverständlich intensiv an den dazu geführten bundespolitischen Diskussionen, um nicht zuletzt auch für uns eine größtmögliche Akteursvielfalt zu wahren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche eine erfolgreiche Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.